Wir haben tatsächlich ein Steinbruch hingebaut, okay. So, zack, wieder einer platt. Da bauen wir mal den Weg hier rüber, dass die da ein bisschen abkürzen können nach dort runter. Und dann müssen wir jetzt nur noch das hier einfach wegreißen. Aber ich denke mal, ich könnte ja den Gegnern auch die Drecksarbeit lassen. Aber die hier, was wollen sie hier? Hier kommt ein Bauernhof hin, oder? Aber immer noch kein weiteres Eisenerz, denn das ist ein bisschen blöd. Aber der Bestand im Dings... Wahrscheinlich müssen die erst mal ihre Reste hier raushauen, die die hier haben. Bei den Eisenschmelzen scheitert das immer irgendwie an der Kohle. Kann man da irgendwas machen? Gut, Minzprägerei haben wir ja nicht. Ach so, die Schmiede, die kriegt immer die höhere Kohle-Priorität. Ist aber blöd, weil die hier warten müssen. Und die Eisenschmelzen haben aber... Eisen in der Warte. Pipeline. Ich würde das gerne mal tauschen, andersrum machen. Und jetzt auch das letzte Eisenerzbergwerk verbraucht, was wir hatten. Gab es hier wirklich nur Kohle? Oder hattet man hier nicht noch irgendwo ein Stück Eisenernz gehabt? Das können wir jetzt mal abreißen, den Weg. Was macht der mit dem Stein dort? Wo will denn der den hinbringen? Ach, dort runter auf die Baustelle. Ist das nicht kürzer, wenn die das einfach hier unten lang bringen? Statt oben rum? Hm. Ach so, da können wir den Weg ja auch noch abreißen. So, da unten kommen die Erkunder oder die Geologen, die sich das mal angucken. 33 Fleisch und 16 Brote im Dings-Fisch ist da gar nichts dabei. Aber die Fischer ordentlich am Dingsen sind. Da geht es auch noch weiter. Oder was bauen die denn jetzt hier noch? Steinbauer. Aber mit dem einzelnen Steinbauer wird das dauern, bis die fertig sind. Die haben jetzt hier erweitert. Und hier oben bauen sie noch ein Dings hin. Da unten wird gleich das eingenommen. Tja, und die hier? Ach, die bauen da einen Bauernhof hin. Auch sind die dumm. Wir haben sie irgendwie den Weg abgerissen. Sind die noch dümmer? Oder wie Granit gefunden dort hinten? Naja. Ist das Kohlebergwerk hier leer? Warum habe ich das gar nicht mitbekommen? Die Meldung. Ja, jetzt fangen sie an, hier das Eiselerz leer zu machen. 179 Soldaten haben wir im Moment drin. Ah ne, jetzt kam die Meldung gerade. Gerade rein. Ja, Militärmacht liegen wir immer noch ganz vorne. Oh, fischte 26%. Die werden wohl auch pleite gehen gleich. Ich überlege gerade, ob wir nicht einfach diesen Berg hier, egal was hier ist, einfach mit Bergwerken zupflastern. Was habe ich noch? Zwei Spitzhacken. 14 Bergarbeiter. Da gibt es nur Granit und Kohle noch auf dem Ding. Okay. Was ist denn der kleinere von beiden hier? Der untere. Noch ein Bergwerk verbraucht. Jetzt sind diese ganzen alten Bergwerke hier verbraucht. Jetzt haben wir noch diese 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 9. Dann mache ich jetzt mal hier nochmal eine Portion einfach hin. Diesen ganzen Block. Dann da hinten noch eins. Und da noch eins. Ist vielleicht eventuell ein bisschen zu dicht gebaut. Aber jetzt werden wir das wegmachen. Hier haben wir noch Granit. Wie gesagt, das hätten wir uns jetzt nicht dingsen. Und dann gucken wir mal. Hat hier jetzt hier schon welche losgeschickt? Nee, ne? Dann machen wir erst mal hier. Und hier. Und dann werden die ihre Festungen weiterbauen. Woher muss ich jetzt auch... Oh, ein Katapult. Na gut, da macht das nix. Wahrscheinlich wird es aber auch drauf hinauslaufen, dass wir hier selber... mit Katapulten agieren, um... unsere Einheiten so ein bisschen zu schützen. Das heißt, ich boah schon mal hier erstmal ein paar hin. Man weiß ja immer nie, wie sich der Kampf entwickelt dann. Da reicht das schon, wenn die hier die Festung einnehmen. Dann können die Katapulte da direkt... ja, draufballern, sag ich mal. Ich müsste eigentlich meine Soldaten... mit mir hier ein Lagerhaus hinbauen. Kohl gefunden, Eisen gefunden. Ein Lagerhaus hier hinbauen. Und dann die Soldaten alle auslagern. Und dann, dass die hier schnell... zur Verfügung stehen. Aber es ist ja eigentlich nicht so weit die Strecke, muss ich sagen. So, da ist der Festung fertig. Und hier gab es Eisenerz. Das ist schon mal nicht schlecht. Wobei sich natürlich auch die Frage stellt, wie weit die Vorräte reichen. Beziehungsweise, wie weit das Gebiet hier ist. Also hier kann man schon mal bedenken, du musst ernst hinstellen. Da. Hier unten vielleicht. Dann lassen wir die mal da drüber erkunden. Ich meine, ich habe schon einen Vorteil, einen Rohstoffvorteil, wenn mir dieses ganze Ding in der Mitte gehört. Das könnte vielleicht später die Entscheidung bringen. Das ist ja alles Eisenerz hier. Ah, da mache ich ja auch noch Kohle. Vielleicht machen wir aber gleich diesen ganzen, diesen ganzen Berg hier platt. So, jetzt haben wir zwei Minitärgebäude besetzt. Ah, hier oben passt bloß eine Wachstube hin. Ah, das ist schon mal besser als nichts. Wir müssen hier wirklich jeder... jedes Bauland mitnehmen. Das bräuchte ich mal hier rüber schnell. Was wir kriegen können. So, dann scheint es auch noch Eisenerz zu geben. Da gehen ganz schnell viele, das ist natürlich die Frage. Gut, zehn Bergarbeiter sind es noch. So, der Tigerbäude besetzt hier unten. Ja, oben kann ich noch eine Festung draufstellen. Sehr gut. Und hier dann eine Wachstube. Dann geht das hier mit einer Festung weiter. Und hier dann noch ein Katapult hin. Also, das ist schon eins. Naja, gut, bau halt noch eins hier hin. Rege Bautätigkeiten sozusagen gerade hier. Das müsste doch eigentlich auch die Gebäudestatistik explodieren lassen. Ne, da sind wir sogar ganz unten. Da kann man auch Eisen-Eisen-Erzbergwerke überall hinbauen. Hier gibt es auch noch... Ja, finde ich aber nicht wirklich eine Anbindung hier an der Stelle. Da muss ich es hier anmachen. Wahrscheinlich wird dann hier was übrig bleiben. Das müsste man dann nachträglich noch irgendwie... nachträglich ausbuddeln. Und selbst wenn jetzt die Dinger hier nicht besetzt werden, das macht ja nichts. Da ist schon mal Essen drin, da ist schon mal... Und wenn dann irgendwann halt ein Bergarbeiter frei wird, dann kann der auch direkt anfangen. So, Eisen-Eisen-Erzbergwerk... Eisen-Erzbergwerk... Dann machen wir hier noch eins hin. Dann machen wir hier noch eins hin. Na gut, ich könnte natürlich auch einstellen, dass die Schlosserei jetzt erstmal brutal auf Spitzhacken geht.